Der Markt der Immobilienmakler ist undurchsichtig. Oder wissen Sie gerade, an wer Sie sich wenden können, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung verkaufen wollen? Wir von Pauschalmakler möchten Transparenz schaffen und unseren Kunden vor allem die Vorteile der digitalen Immobilienvermarktung zugänglich machen. Denn 95% der Interessenten suchen heute online nach ihrem neuen Zuhause. Transparenz fängt bei uns beim Preis an. Getreu aus dem Namen begleiten wir unsere Kunden für Pauschal 12'900 Franken durch den ganzen Prozess des Immobilienverkaufs. Das bedeutet für Sie eine Provisionsersparnis von bis zu 50%. Dass wir trotzdem attraktiven Preisen, keine Abstriche unserer Beratungsqualität machen, verdanken wir vor allem unseren effizienten Abläufen und den neuesten technischen Möglichkeiten. In unserem Team arbeiten nur erfahrene Immobilienfachleute. Zu unserer Transparenz gehört auch, dass Sie sich bereits auf unserer Webseite über jeden von unseren sieben Verkaufsschritten im Detail informieren können. Wir entlasten Sie nicht nur vom ganzen Papierkram, sondern bieten Interessenten bereits vor der Besichtigung die Möglichkeit, Ihre Immobilien in einem virtuellen Rundgang oder in einem kurzen Video kennenzulernen. Wenn wir den passenden Interessenten für Ihre Immobilien gefunden haben, übernehmen wir selbstverständlich auch Preisverhandlungen und begleiten Sie aufs Grundbekannte und bei den Schlüsselübergaben. Ab jetzt wissen Sie, an wer Sie sich wenden können. Bei uns haben Sie ein rundum sorgloses Paket zum transparenten Pauschalpreis. Wir freuen uns darauf, Sie zu begleiten.